Gelange in das Gefängnis. Die Lektion. So. Und jetzt muss ich irgendwie ins Gefängnis kommen. Ich hoffe, da sind noch Munitionsreste. Oh, ich hab das dicke Ding auch noch. Sehr schön. Schade. Keine Munitionsreste. Egal. Nein, die wollte ich nicht. Was ist das, wollte ich auch? Surprise! Wir kämpfen uns mal hinten rumlang. Okay. Alter, die stinken da, dem Zeugs, ne? Bist die Vermutung? Surprise! Nice! Schmauzeh. Schuss. Okay. Oh, der hat eine Hake dabei. Egal. Okay, da auf dem Dach. Na, ich lasse sie da liegen. So. Sind da irgendwie Munition? Notiz für Tracy. Okay. Liebe Grüße, Faith. Ich weiß, dass du misstroisch bist, aber ich weiß, und ich weiß das sehr zu schätzen, dass du immer versuchst, auf mich aufzupassen. Ach, das ist wahrscheinlich die Schwester. Du hast mich noch nie so glücklich gesehen. Jetzt, äh, das verstehe ich, aber sei nicht eifersüchtig. Das ist mit dir nicht wahr. Sie ist mit dir nicht wahr. Okay. Nichts kann unsere Freundschaft ersetzen. Denn sie ist etwas ganz Besonderes. Wenn du nur zu dem Treffen kommen würdest, würdest du verstehen. Zu dem Treffen. Du kannst auch so glücklich sein. Es gibt alles ein, äh, es ergibt alles ein Sinn, Tracy. Ich verspreche es dir. Ich verbinde sie dich auch sehr. Bitte tu mir den Gefallen und versuche es. Bitte tu mir den Gefallen und versuche es. Was soll schon Schlimmes passieren? Liebe Grüße, Faith. Ah. Oh, eine Liebesbeziehung. Ganz böse. Okay, und da hinten steht nochmal. Ja. Hier sind keine. Hey, Kumpel. Tschüss. Immer schön nachladen. Ich glaube, sonst ist hier keiner. Ja. So. Wie komme ich da jetzt hoch? Ah, alles klar. Ich sehe schon. Au. Bisschen zeig. Oh, der ist töd. Wenn ich schon hier unten bin, dann loote ich die Jungs hier auch nochmal durch. Jopsa. Ey. Ups. Och, nö. Mein Kumpelino kann ich nicht holen, ne? Jep. Kann ich nicht. Ich bin... Oh. Du willst immer noch die Heldin sein? Dafür ist es jetzt zu spät. Hättest du gehört, als du die Chance hattest. Weißt du was? Ich wollte gerade sagen. Verschwinde. So. Finde Tracy. Ach was. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... vielleicht lassen sie uns laufen sie möchten doch nur auf den rechten fahrt kommen und ihre probleme verschwinden jetzt könnt ihr euch entspannen und sein wort annehmen wer auf den fahrt wandelt wird er rettet er uns bekämpft stein oh Okay, war ne blöde Idee. Nein, nein. Shit, ich glaube, ich mach den Checkpoint nochmal. Shitte. Viele. Okay, finde Tracy. Tracy ist wahrscheinlich die Dunkelhäutige, die Farbige. Neck. Neck. Ich mag die Stiefel von denen da. Die würden mir bestimmt gut stehen. Sie sind den Atem nicht zu erinnern, wenn du an sie verschwindest. Diese Heiden sind dann doch nicht so hart. Ich weiß, was du meinst, Bruder. Diese Leute hatten ja kaum lohnenswerte Beute. Kennst du allen, Ketzer? Kennst du allen? Für euch ist die Schlacht vorbei. Jetzt könnt ihr euch entspannen und sein Wort annehmen. Faith wird es euch zeigen. Wer auf dem Pfad wandelt, wird er rettet. Er uns bekennt, stirbt. Wenigstens geht er auf den Klo zum Pissen. Pissen da wir oder wie? Pass auf dich auf, Bruder. Ich gehe auf. Gib mir Deckung. Ja. Die Ketzerin gehört mir. Boah, wir wissen ja, dass ich das bin. Oh, cool. So. Da habe ich sogar zwei auf einmal erwischt. Ha. Mann, bin ich gut. Hey, hier drüben, Rocky. Oh, ganz ruhig. Ha, 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 ha. Oh. Hab ich die da erwischt? Keine Sorge. Es wird Hilfe kommen, ganz bestimmt. Hey, hier drüben, Rocky. Hey, Trace. Bitte. Danke. Die haben mich überwundelt. Hilf mir. Oh, der ist schon nöt. Den habe ich. So. Komm hier rüber, Rocky. Schnell. Ja, mag ich. Sekunde. Irgendwas muss Virgil und dem Marshal zugestoßen sein. Dann ging das Chaos los. Die haben den Sheriff, Rocky. Die haben alle. Wir haben Ärger. Wir müssen los. Das Tor ist verschlossen. Einer der Wichser da draußen hat den Schlüssel. Schnell. Schnell. Bring den Schlüssel her. Okay. Im Suchgebiet. Schnell. Hier drüben. Wow. Ihr habt euch solche Mühe gegeben. Wie traurig. Zu wissen, dass alles vergebens war. Boah, halt die Schnauze. Danke nochmal für die Hilfe. Ah, Moment. Schade. Die waren zusammen, die beiden wahrscheinlich. Oh nein. 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 Bitte. Hilf mir. Drück fest drauf. Komm schon, Virgil. Komm. Komm schon. Oh Mann. Er wollte ja immer, dass man so ein Baden trägt. Das ist es, was sie macht. Sie nimmt. Sie zerstört. Finde sie. Töte sie. Lass sie damit nicht davon kommen. Dann machen wir das. Okay, das ist jetzt gut. Tja, das ist jetzt guselig, dass sie da so singt. Notiz für Virgil. Dad, ich kann mir, kann ich mir 100 Dollar leihen. Oder nur 80, nur bis zum Zahltag. Ist für, äh, es ist für Baseball. Ja, ich habe dir die Gegensgebühr bezahlt, aber das ist noch nicht, äh, das ist, da gibt es noch Zugesatzkram, von dem ich nichts wusste. Ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, dass ich es versuchen und weiterspielen will. Ich kann dir das Geld ab und bald zurückzahlen. Danke, Ethan. Okay. Scheiße. Jetzt habe ich vergessen, äh, wahrscheinlich verpatzt, dass sie hier irgendwo stand. Und wer pfeift doch eigentlich? Und wenn es vorbei ist, werden wir vereint sein im Bliss. Ach, nee, jetzt geht's da wieder los. Hey, Fisi. Du bloe, de Kuh. Ah, da ist Tor. Siehst du, wozu wir fähig sind? Komm zu mir und ich zeige dir eine Welt, die du nie für möglich gehalten hättest. Was passiert, wenn ich einfach... Weglaufe? Okay, das geht nicht. Schade. Gut, ich kann nicht rennen, ich kann nur normal laufen. Überall wachsen Blumen, sie leuchten. Oh, oh, oh. Ich kann die Bäume sehen aber sehr strange aus, vor allem der da. Oh nein. Oh nein. Kein Scheriff hat dich vom Vater abgemacht. Aber jetzt versteht er seine Bestimmung. Und wird sich in Eden zu uns gesellen. Und wenn du versuchst, die Welt zu haben. Und wenn du versuchst, die Welt zu haben. Ich weiß es. Ich weiß es. Okay. Und wenn du versuchst, die Welt zu haben. Wow. Dein Scheriff war eine Mauer. Wow. Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit erkennen konntest. Wow. Wow. Also werde ich diese Mauer einreißen. Weißt du was? Friss Blei. Oh, oh. Dein Scheriff ist jetzt so dicht dran. So dicht dran, das Wort des Vaters in sein Herz zu lassen. Wo bist du? Und wenn er es tut, dann führt kein Weg zurück. Dreh dich nicht um. Der Plumpsack geht um. Wow. Ich werde es auch so schnell machen. Weißt du was? Ich habe hier noch etwas ganz anderes. Mal schnell, mal schnell, mal schnell. Warum kämpfst du gegen uns? Du siehst doch, was kommt. Der Vater hat es dir gezeigt. Die Welt stirbt in sich zusammen. Sie ist krank und verdorben. Der Vater bietet dir die Chance, loszulassen, dir keine Sorgen mehr zu machen, frei zu sein. Mhm, natürlich. Guck, guck. Ah, hier. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert sterben. Oh, oh. Wow, 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 wow. Du schlägst zu, aber du kannst seine Schöpfung nicht vernichten. Ah, wo bist du? Siehst du nicht, was du da tust? Doch, ich versuch's. Du kannst dem Vater nicht hintergehen. Doch. Ich kann nichts dafür. Nichts davon ist meine Schuld. Meinst du, ich wollte das? Er hat mich mit Drogen gefügig gemacht, mich bedroht. Ich war siebzehn, noch ein Kind. Jetzt kommt so langsam die Erkenntnis. Der Vater sieht, was du tust. Und... Okay. Okay. Wir haben's geschafft. Du wirst es nicht verstehen. Du begreifst immer noch nicht, was du tust, oder? Joseph glaubt, er sei unser Erlöser. Aber du wirst es sein, der entscheidet, was passiert. Du warst der Anfang. Du bist das Ende. Es sollte immer genau so ablaufen. Du siehst nicht körperlich aus, Mädchen. Gott. Du rettest deinen Schiff. Du wirst... ...die Heldin sein. Und dann... ...entscheidest du. Und wenn du nicht auf ihn hörst, erhält er recht. Haben wir unseren Freund befreit? Ich hoffe doch. Neuer Vorteil im Vorteilsmenü verfügbar. Mit Vorteilen. Okay, bitte. Wow. Was bitte ist das? Mit Blumen geschmückt der Bunker. Faith Gate. Was? Äh, Karte? Ach, wow. Wir haben nur Vorteil. Gut. Alles voll mit diesem Bliss Zeugs. Im Suchgebiet. Hey Kumpel. Ich habe nicht darum gebeten. Wow. Ähm. Laps. Check if. Ich habe hier einen Hafenbefehl gegen Sie. Denk das Verdacht auf Enthüllung mit dem Vorsatz der Körperfall erzucht. Reden Sie vor. Lassen die Hände da, wo ich sie sehen kann. Okay. Okay. Und dann halt ist der Konsum. Der hemmungslose Konsum. Der Ziel. Wir brauchen das neueste Handy. Und für dieses Handy brauchen wir die neueste Smartwatch. Oder die neueste Datenbank. Und dann brauchen wir eine neue Tasche für all diese Dinge. Und natürlich brauchen wir auch gestreamte Musik. Und gestreamtes Fernsehen. Gestreamte Filme. Gestreamte Nachrichten. Gestreamte Meinungen. Gestreamte Wahrheiten. Und gestreamte Lügen. Und Lügen. Und Lügen. Die in unseren Köpfen schreien. Okay. Ähm. Es wird ein bisschen ruhig. Ich hoffe, ich kann das hinterher beim Render vielleicht noch ein bisschen glatt ziehen. So. Nachlahm. Wer weiß. Bei 200 Schuss. Okay. Hier gibt es nichts zu nutzen. Oh nein. Che Guev. Che Guevino. Ein schwarzer Bildschirm. Ähm. Kackt das Spiel ab?